Ja hallo liebe Freunde und es ist mal wieder so weit eine weitere Woche. Der Game Update steht für euch bereit. Wie ich immer schon sage, alle Links zu den Games, auch zu den Game Updates und sonst was alles findet ihr auf dem Discord. Einfach mal raufschauen und dort werdet ihr auch alle Games, die ich jetzt gerade so vorlese, auch finden mit Link, wo ihr da hin könnt. So, starten wir erstmal mit Become Taxi Driver von Neptune. Der ist aktuell in der Version 0.4.9 angekommen. Könnt ihr spielen im Windows, Mac und Linux Bereichen. Die Sprachen Englisch ist ein HTML-Game. Also ein Internetzugang ist dabei erforderlich. Spielen könnt ihr das auf Patreon oder eben halt auf Online. Das Link habe ich drin. Wir gucken mal nach, was aktuell überhaupt neu in der Version drin ist. Er hat erstmal vier neue Images. A Second Chance in der AI Gallery. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon vorgelesen, wenn ich mich nicht richtig erinnert habe. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Also Sneak into Dimension. Ja, genau. Das war ja letztes Mal der New Hub. When you sneak into Dimension, quest to complete in Sneak into Dimension. Several typons for different events corrected. Bug providing two repairable quests from activating fixed. Several bugs related to complementity with all the save files. A lot of modification and corrections in several events with Veronica. Alles klar. Bugs that provided display requested for the events that drop the sex red hat on the beach. Fixed. Dann haben wir nochmal ein Minigame. Ist mit drinne. Und zwar ein new Minigame. The Hunt is on. Catch Veronica. Dann auch noch das Komplett-Veronica-Minigame. Dann haben wir noch ein 100% Komplett-Hub-Repaired-Event. Cindy, Letty, Sneak into Dimension. Ja, genau. Das hatten wir ja auch schon. Acht neue Events mit Veronica. Zwei neue Events mit Carlos. Ein neues Event mit Caroline. Ein neues Event mit Alexa. Äh, Henry hat ein neues Event. Mimi, Mini und Sandy. Sandy, ja. Sandy hat auch ein neues Event gekriegt. Genau. So, das war Become a Taxi Driver. Manchmal kann es ein bisschen sein, dass ich auch manchmal Sachen von vorher nochmal nachlese. Dies bitte ich zu verzeihen. Ähm, aber der, der ich jetzt vorlese, ist definitiv neu. Und zwar Haaren Hotel. Ist in einer neuen Version gestartet. Und zwar die 0.18-Version von Rooney. Ähm... Für Windows, Linux, Mac und Android erhältlich auf Patreon oder auf H.I.O. Äh, kostenlos übrigens runterzuladen. Könnt ihr euch kostenlos dann spielen. Ich gucke mir da auch mal die Change Logs an. Da ist aktuell der Garden in einem neuen Bereich drin. Und zwar Added Farmable Garden. Habe ich das nicht erstmal auch vorgelesen? Added the Greenhouse to the Garden. Added 3 Plot Tears to the Garden. Added 9 Crops. Äh, 3 Unquiet, Left, Levish, Äh, Corpse. Ähm, Added Upgrade to the Garden. Added Jyn as the Gardener. Added 2 Events to the Garden. Dann haben wir natürlich auch noch Explorer Content. Ein neues Park Event ist mit dazu. Ähm, Added the Food Driver Minigame. Added a Map, Ähm, and Shop to the Park. Jyn hat 5 neue Events nochmal mit dazu gekriegt. Und natürlich ist auch Musik mit da zugekommen. Plus einige Galleries auch noch mit drin. Sehr schön. Also die 0.18 Version ist schon geil von Harem Hotel. Wie gesagt, Rooney hat sich da wirklich nicht mit rumbekleckert. Hat zwar lange gedauert. Wir wissen, bei Rooney dauern die Updates ein bisschen länger. Das ist aber auch völlig in Ordnung meiner Meinung nach. Ähm, dafür sind sie aber kostenlos. Und das Spiel ist ja auch schon ziemlich groß. So, dass ihr da auf alle Fälle euren Spaß drin habt. Der nächste ist, äh, Wolf's Complex von Recruly Lucky Man. Ähm, der hat sein Spiel jetzt auch weiter geupdatet. Der ist aktuell in der 0.15.3 Version für Windows, Linux, Mac und Android. Holen könnt ihr es euch auf Patreon oder auf H.I.O. In den Sprachen Englisch und Spanisch. Ähm, Change Logs. Added a new story part. Added a new age scene school bath age. Okay, äh, to unlock it. Äh, you need to give the, was? Aphrodisiaka cake to Maggie on the school. Äh, okay, alles klar. Dann sollst du ihr im Bathroom folgen. Und das geht dann los. Added a phone. You can chat with Maggie and ask her for lustige Fotos. Hm, hm, nett, nett. Ähm, added a Chinese translation. Okay, da ist auch noch Chinesisch mit reingebracht. Und, äh, corrected some bugs. Sehr schön. Also, ein neuer Part ist mit dazu gekommen mit Maggie. Also, in der Schule, was wir gerade herausgelesen haben. Wie es gerade funktioniert, habe ich ja auch gerade vorgelesen. Und eben halt noch ein Foam. Da könnt ihr halt ein paar schöne, lustige Fotos von Maggie bekommen. Wolf Complex, irgendwie ein nettes Game. Ich weiß nicht warum, aber das hat irgendwie so eine coole Atmosphäre, eine coole Aura. Gefällt mir sehr gut. Der nächste, endlich. Ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass, ähm, da jetzt endlich mal wieder ein Update kam. Es war lange nichts zu sehen von Unleash, von Carbon Blue. Ähm, das Ding hat jetzt endlich auch mal ein Update gekriegt. Und zwar die 0.6.5b ist aktuell erschienen von Carbon Blue auf Patreon. Könnt ihr es euch holen. Und ich glaube auf Itch.io auch. Aber da ist eine andere Version gerade aktuell drin. Für Windows, Mac und Linux in den Sprachen Englisch. Zu Itch.io und zu Patreon. Ja, manche Version könnt ihr nur extra bei Patreon bekommen. Da müsst ihr ein bisschen warten, bis ihr sie auf Itch.io auch bekommt. Das ist immer unterschiedlich. Ich teile immer beide Links. Ihr müsst immer gucken, wo aktuell gerade welche Version angeboten wird. Ähm, ich versuche eben halt die Bandbreite ein bisschen auszubreiten. Manchmal kann es auch sein, dass bei Patreon eine andere Version angeboten wird, gerade aktuell. Die kann noch wieder geupdatet werden. Kann aber halt auch ein bisschen dauern. So, ähm, äh, this update added as, additional scenes to Episode 6 and Employments, äh, several options that, that were disabled in the, was, äh, Pyro Release. Okay, also Episode 6. Reset Episode 6, äh, 6, äh, Variables, äh, at the beginning of the episode. Um, this shouldn't, uh, prever, preferred, prevent future problems. Okay. Ähm, I'm calling this, äh, this a beta because it's the most complex coding I have ever done. And I'm pretty sure, um, that's going to be, äh, mistakes or two in there somewhere. Okay, also er sagt gleich mal vorweg, dass in dieser Version, wie gesagt, das ist nochmal eine Vorbereitung für die zukünftigen, äh, Sachen, die kommen werden. Und er schließt schon mal nicht aus, dass es Probleme geben könnte mit der Episode 6. Also, es können immer wieder Bugs oder sonst was haltet auftreten. Hm. Errors kommen, kommen oder sonstiges. Ihr solltet ihn ja nicht informieren darüber, wenn ihr sowas findet, gerade aktuell, dass er es noch bearbeiten kann. Weil er sagt, es ist das, äh, komplexeste Coding, was er jetzt bisher gemacht hat. Das muss man nachvollziehen können, wenn es, äh, ich, ich verstehe das voll und ganz. Es ist nicht ganz einfach so ein Spiel natürlich dann zu coden. Und, ähm, da er jetzt meint mit Episode 6 ist, das ist ein bisschen fummeliger alles, ähm, kann ich das gut nachvollziehen. Und wenn was sein sollte, bitte den Dev informieren und Bescheid sagen. Er hat auch einen eigenen Discord, also da könnt ihr auf alle Fälle nicht auf, äh, Fresse fallen. Dann hoffe ich mal, wird's mit Unleash It, äh, schneller weitergehen. Und es wird bald etwas bunter wieder zu werden und die Episode 6 wird gut abgeschlossen. Gleichzeitig hilft es ihnen ja auch sehr, euer Lieblingsspiel schnell fertig zu kriegen. So, ähm, ja, jetzt kommen wir zum nächsten Kandidaten, äh, Milfi Creek von Diggerbang. Ja, das hat auch ein neues Update bekommen. Ähm, auch nicht gerade schlecht, der Style ist sowieso bei Diggerbang, muss man ganz ehrlich sagen, Milfi Creek hat seinen eigenen Charme. Ähm, da ist nix junges Gemüse dabei, da gibt's schon mehr an die Erfahrung ran. Ähm, das ist aber auch meiner Meinung nach okay, er zieht halt so seinen eigenen Artstyle durch. Ähm, aktuelle Versionsnummer ist die 0.5. Für Windows, Linux, Android und Mac holen könnt ihr euch das Spiel auf Patreon oder auf H.I.O. In den Sprachen Englisch aktuell. Na, wer weiß, was da noch kommt. Also, Events. Äh, Jessica, Ellie, and Danny Arrival. Okay. Ronda Therapy ist denn was Neues mit dazugekommen? Ähm, äh, was ist das denn? Pussybroken Room Retail. Okay. Plus Hell and Deal. Äh, Julie Story Communication, äh, Con Tunitation. Okay. Jasmine Sleep Event in the Morning. Das Locations. Und auch ein paar neue dazugekommen. Ronda's House and Office. Unlock Jessica Room on the 3rd Floor and of Annie's House. Okay. Äh, Room 6, nee, Room 8 Retail at the Pussybroken Motel. Okay. Dann natürlich noch ein paar New, äh, UIs mit dazugekommen. Äh, der Download Selection in the Main Menu ist neu. Ähm, Hit Paddles, äh, hier, ja, Girls Green und Gallery sind halt ein paar Fixes sind auch noch gemacht worden. Also, da kommen wir auch schon mal wieder. Aber, auch mal schön zu sehen. Lange nichts mehr gehört von Milfs Creek, von Digga Bang. Aber jetzt langsam kam da jetzt auch eigentlich mal was, wo ich mal sehr gespannt bin. So, ähm, ich aktuell hab mir das mal angeguckt und werd mir gerade mal ein bisschen weiter ranspielen noch. Ich werd mir ja mal Lust, die Bunkineos von Nikka nochmal ansehen. Äh, ist ja aktuell in der 0.9 Version. Äh, könnt ihr euch übrigens frei holen auf Patreon oder auf H.I.O. für Windows, Linux, Mac und Android. Ich hab ja mal damals bei der ersten Review gesagt, das erinnert mich sehr stark an Naughty, äh, Rogers, äh, Ähm, Naughty Pirates. Hm. Besser gesagt an Rogers, Naughty Pirates. Hm, jetzt werd ich mal sehen, ob Lust, die Bunkineos doch einen weiteren anderen Schritt gemacht hat oder nicht. Sind halt alle AI gemacht, das hab ich ja schon gesehen. Hm, und ich guck mir das Ganze halt nochmal an und werd nochmal ein Re-Review nochmal machen. Ähm, New Character, äh, Dr. Kuheer. Okay, New LVD, äh, Options Nami, New LVD Options Robin, das hab ich beide schon gesehen. Ähm, Cowgirl gibt's bei Nami und Robin mit dazu. New Location Ship Library, New Location Drum Island, Drum Island. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. New Location Drum, äh, Island Village. Dann das Forest noch von Drum Island, Castle und Castle Mind und Castle Room. Und, äh, Drum Island Sakura, okay. Äh, New Enemy, Lapan, okay. Lav, Lafan. Hm. 20 neue, äh, Images mit reingeballert. New Objects, äh, Drum Island. Internal Post, okay. Und New Objects, Sakura Flowers. Plus eine neue Musik ist dazu. Hm, ich hab schon mal ein bisschen reingeguckt, wie gesagt, äh, ist ja auch wieder ein bisschen Anspielen mit da drin dazu. Also bei Robin hab ich die eine Szene jetzt schon gesehen, die Cowgirl-Scene. Bei Nami bin ich da noch nicht ruhig. Ähm, muss ich mir halt mal angucken, nochmal, wie das Ganze insgesamt weiterläuft. Ähm, 0.9 Version. Auf alle Fälle, wie gesagt, Free-to-Play. Könnt ihr gerne spielen. Könnt ihr euch gerne holen. Ähm, ja. Also sie unterscheiden sich, so was ich jetzt gesehen habe, aktuell vom Grund-Gameplay zwar noch nicht, aber so ein oder andere Wege werden dann doch ein bisschen anders gegangen. Das find ich schon mal ganz gut. Ähm, nur halt, sie ähneln sich trotzdem noch sehr, ne. So, Don't Stop With Your Stepmom von Lemonheart Studios. Da gibt's auch was Neues. Ja, ich hab immer gedacht, das Ding ist komplett durch und er lässt es so liegen. Nein, 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 er macht nochmal weiter und zwar die 0.050 Beta. Mhm, okay. Könnt ihr euch ja nur holen auf Steam. Nur von Windows und nur in Englisch. Also fragt mich nicht nach irgendeiner AKP oder nach iOS. Ähm, da ist das Pool-Chapter jetzt edit worden. Dann, äh, Fix Crash when coming out of the Pool. Okay. Äh, müsste eigentlich eine ganze Menge gefixt werden. Nicht nur das Pool-Ding, was ich da gesehen habe. Ähm, Talking to Stepmom and using F, äh, won't change the task happening. Okay. Also er hat viel gefixt hier gerade mal. Was aber manchmal ganz gut war, weil aktuell, wie gesagt, ab einem gewissen, ich glaube, ab dem letzten Chapter bin ich da absolut nicht mehr weitergekommen, weil das absolut durch war. Ähm. Weiß nicht, ob die Engine dann am Ende angekommen ist, aber irgendwie hat da nichts mehr richtig funktioniert. Ähm, ich konnte das Spiel damit auch nicht beenden. Es ist ja nur Capture-mäßig durchgetickt worden da. Und, äh, ja, ab dem letzten Chapter konnte ich einfach nicht mehr weitermachen, weil das Spiel immer wieder irgendwelche Fehlermeldungen rausgeballert hat. Immer wieder gab es irgendein Problem, Mom kam dann auf einmal an, dann ist sie, dann, dann konntest du dir das Chapter nicht rechaptern. Hm. Naja, was soll ich machen, ne? Deswegen aktuell wirklich ein bisschen Bugfixing, ein bisschen Liebe mehr zu das Game, zu den Game machen, ist definitiv notwendig. Von den Grundmechanics ist es soweit okay, aber wie gesagt, man muss echt, äh, mal ein bisschen daran rearbeiten, damit es auch mal ein bisschen besser wird, damit es besser spielbar wird, würde ich sagen. Ja, ansonsten, soweit, wie gesagt, wenn ihr es euch auf Steam holen könnt, holt es euch, wenn ihr Bock drauf habt. Double Perceptions von Seth. Auch eigentlich ein neues Update, und zwar die 4.1 Version. Könnt ihr euch übrigens holen auf Patreon oder auf H.I.O. für Windows und Mac. In den Sprachen Englisch. Für mich immer noch eines der Games, die ich gerne mal spiele, wo ich gerne mal die Updates sehe. Ich persönlich mag Double Perceptions. Und hab das Spiel damals schon irgendwie sehr gefeiert, wo ich es noch sehr, sehr früh in der Entwicklung war. Und ich mochte diesen, diesen Sprung zwischen, ähm, zwischen Haushalt und Virtual Reality Welt. Ich finde, das hat er sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Das ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Und er bearbeitet ja auch immer beide Welten irgendwie in einem Update immer so ein bisschen rum. Genau, jetzt hier New Interaction Invite, Kim und Rachel Cinema. Beide jetzt in Cinema, sehr schön. Da gibt es auch eine Age Scene, die ihr im Cinema bekommen könnt. Dann, Kim, Copycat, äh, ah, Treesome. Alles klar, das wird wahrscheinlich aber im, im Dingses sein. Water Clone. Also Wasser Clone ist jetzt auch mit dabei, okay. Ach so, den, ja, ja, den Wasser Clone, okay. Ähm, sind insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf neue Animations mit reingekommen. Also wie gesagt, mit Kim, Kim, Rachel und Water Clone und, ähm, Rachel and Water Clone. Die sind aktuell drin. Dieses Water Clone wird wahrscheinlich das sein, was in der Virtuality Welt abgeht. Deswegen wundert euch nicht. Und, äh, das Cinema Date ist dann in der Real World gerade aktuell drin. Ich bin mal gespannt, wann er jetzt durch ist. Er bearbeitet ja gerade aktuell wirklich den Haushalt immer mehr. Ähm, konzentriert sich wirklich auf den Fokus aktuell auf den Haushalt. Ich denke mal, das ist auch die Meisterarbeit, die er da reinstecken muss. Er hat zwar schon einen angeteasert, also die Gym-Dame ist ja auch schon mit ein bisschen involviert worden. Aber da sind natürlich noch andere Girls. Ich bin gespannt, was da aktuell noch kommt. Aber aktueller Fokus gerade bei Seth liegt, äh, Seth liegt mehr jetzt auf den Haushalt, dass er das so ein bisschen fertig kriegt. Kann ich auch verstehen. Jeder hat so seine eigene Vorgehensweise, die auch ganz gut ist. Und Rachel und Kim können ja auch mal ein bisschen Liebe gebrauchen. So, dann haben wir, ähm, ja, das war ein bisschen falsch geschrieben. Ähm, Uni. Uni ist dabei. Und zwar Uni von Horizon Games. Ähm, aktuelle Versionsnummer ist die 0.55.118b. Ähm, für Windows, Linux, Mac und Android. Und zu holen auf itch.io und Patreon. Ähm, in die Sprache in Englisch. Uni. Uni ist ja dieses Spiel, wo er dieses Mädchenspiel, gar nicht mal so schlecht einigermaßen. Rhythmia hat mir das empfohlen. Ähm, ist auch wirklich sehr, sehr gut. Und hat jetzt auch ein einiges Neues mit dazu gekommen. Ähm, insgesamt, äh, 15 neue, äh, new, äh, Bakery Events, Post, Route, Locked. Ähm, dann Added Intelligence, äh, Drain after the, after a, was? The train point in the Bakery. Okay, okay. Dann haben wir Added, äh, Damien Bathroom Scene. Dann Squish Scene für Damien auch mit dazu. Äh, Country Club Background. House Party Background. House Party Pool Background. Ähm, Ice Rig Background. Recode, Recode. Stone Background. Okay. Ähm, Tue Community Club Girls. Siolette sind auch noch mit drin. Ähm, ähm, dann Added Lemon Sprites. Ähm, und Update and Remake, ähm, Mr. Hailey Sprites. Okay. Äh, auch ein Remake von Principal Sprite. Und ein Remake von Lisa Sprite. Alles klar. Musik wurde noch mit zugemacht. Und auch noch ein paar neue, ja, Fixes und sowas alles mit reingebracht. Insgesamt also mehr in der Bakery was mit dazu gekommen. Da sind, wie gesagt, äh, 15 neue Events mit da reingekommen. Ja, Damien habt ihr zwei neue Events bekommen. Ihr habt ein paar neue Backgrounds dazu bekommen zum Club House Party. Und Ice Rig ist auch ein neues Background mit drin reingekommen. Und ihr habt noch mal ein Remake von Mr. Hailey, äh, Principal und Lisa bekommen. Also, dass die Sprites noch mal geremaked worden sind. Vielleicht ein bisschen aufgebessert worden. Ein bisschen frischer gemacht worden. Trotz alledem, Umi, Umi, sehr interessantes Spiel. Auf alle Fälle kann man sich definitiv mal geben, wenn man mal wieder ein bisschen was mit weiblichen Protagonisten mal gerne spielen möchte. Dann definitiv gern sehen. So, dann ein abgeschlossenes Projekt ist durch. Und zwar, LVD Towns ist jetzt abgeschlossen. Es ist Final. Kann ich auch mal gleich hinterschreiben. Ähm, ist Final geworden. Er hat sein Spiel also beendet. Das heißt, das Spiel von Jammerling Games ist komplett fertig. Ich habe mich in der Vorversion zu LVD Town mal reingezogen. Es ist sehr lange, das Spiel. Ähm, aber es ist irgendwie geil. Ich mag diesen Charakter-Style. Das ist eher erst so. Aber vor allen Dingen der Hauptcharakter sieht man echt irgendwie so normal aus, meiner Meinung nach. Ist mehr so ein Game, wo ihr erstmal sehr viel Story-Content freischalten müsst. Klar, die ersten Age-Games fliegen euch so nur um die Ohren. Weil irgendwie müsst ihr auch ein bisschen Kohle verdienen. Ähm, nachher aber. Allerdings werdet ihr merken, dass das über den längeren Zeitraum aus hinten zieht, ne, um die Stories weiter vorzusetzen. Ihr lasst euch sehr viel Freiraum in den Stories. Ihr könnt, ähm, außer ein paar, das ist dann zum Beispiel bei Mom und sonst was alles, dann müsst ihr ein paar Tage warten. Das steht dann aber auch in den Story-Kontext mit drin. Ähm, wartet bis Tag 30 und dann könnt ihr erst in dieser Story-Line weiterspielen. Oder Sissy. Die Sissy, da müsst ihr auch ein paar Tage warten, bis ihr dann den Story-Content weiterspielen könnt. Aber ihr habt genug Abwechslung dazwischen, wo ihr dann noch mehr Story-Contents finden könnt. Wenn ihr am Anfang einfach erstmal, äh, grundlos in der Menschen erstmal richtig rumreihert, dann, ähm, sei es euch gegönnt. Und ungefähr, ja, würde ich auch sagen, fast über 24 Stunden Spiegelzeit sind ungefähr drin. Holen könnt ihr es, äh, für die Systeme Windows, Linux, Mac und Android. Und könnt ihr euch auf H.I.O. euer eigen nennen, denn da ist das Final auch drauf. In den Sprachen Englisch. Ähm, ja, wie gesagt, also er hat jetzt zugesehen, äh, nochmal 70 Render-Events reinzuholen. Ähm, plus, äh, 46 neue Events. Dann, äh, was? Was? 180 plus Ending added in the game? 180? Honey, moly, what the fuck? Also, das sind aber keine End-Roots meiner Meinung nach. Das sind Endings, einfach so für die Characters, wa? Äh, über 1000 Animations, Images und, äh, was weiß ich, was alles an Kram, das da drin ist. Aber, es ist komplett fertig. Also, wenn ihr erstmal, wenn ihr euch mal Bock habt und Zeit habt, spielt mal The LVD Town. Sehr unterhaltsames Spiel, kann ich wirklich nur sehr wärmstens empfehlen. Ähm, auf Kalkatsu-Basis zwar aufgebaut, aber sehr unterhaltsam, hat mir sehr gut gefallen. LVD Town ist schon ein bisschen älteres Game, das werdet ihr auch gleich am Arztal ein bisschen merken. Aber trotzdem hat es seinen Charme. Und meiner Meinung nach erstmal... Herzlichen Glückwunsch, Jamilin Games, zum Abschluss deines Spiels. Muss man ja auch mal mit dazu sagen, ne? Ich find's immer schön, wenn Entwickler auch ihre Spiele abgeschlossen kriegen und damit dann auch zufrieden sind. Das ist ja auch immer eine Sache, ne? So, dann haben wir Mithrim, ähm, The Elder Fuck 69 von Oma Company. Der hat aktuell ein neues, äh, Update rausgebracht. Und zwar sind wir da jetzt in der Version 1.0.6. Ich find, das spielt immer noch zu geil. Das ist auch wieder so ein Ding, was ich gerne spiele. Könnt ihr euch holen auf, ähm, der Patreon-Seite von Oma Company oder auf itch.io für die Systeme Windows, Linux und Macs in der Version 1.06. Ähm, ich guck mal in die Change-Logs mal rein, was da aktuell gerade neu drinne ist. Ähm, so, was schreibt der denn? Äh, hello, da, 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 September Update ist, äh, Full 1.6. So, äh, The Cave and Current's Drawn, äh, Minigame with Opening, ah, The Door 3 Ring. Hm, was haben wir da noch? Klimby Walking Animation, Another Animation, Asura Stardrum, hä? Paggramment Table? Hm? What? Geht jetzt das Paggrammenting-System los, oder was? Ähm, Benali und Kira, äh, Combinated Story Made, aha. Hm. Hm, sollte man sich definitiv mal ansehen, May Chibi with Level Interaction to Drawn. Okay, and no other missions. Guckt euch das Ganze einfach mal an, also, das sieht schon mal, also er baut wohl ein Paggrammenting-System auch mit ein. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt langsam mal auch mal oben, äh, zu den, zu den Sachen mal hingehen kann. Sehr interessant auf alle Fälle, sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, was da alles noch für Updates kommen werden. Das Grafikstil ist, ich weiß nicht, I like it. Ich mag diesen Grafikstil, der ist einfach on point von Milfram. Ähm, ja, Skyrim ist schon grüßen, Milfram ist um einiges so anders drin. Also, wer Skyrim liebt, wird Milfram auch mögen. So, ähm, dann haben wir als nächstes auf alle Fälle Carabin by the Lake von Nunu. Das Spiel hat jetzt auch ein weiteres Update bekommen. Ist jetzt aktuell in der Version 0.37e erhältlich. Auf Patreon und auf itch.io weiß ich jetzt nicht genau, ob da die aktuelle e-Version drin ist, aber auf Patreon könnt ihr sie euch definitiv euren eigenen. Hm. Für Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch. So, wir gucken hier auch mal in die Changelogs rein, mal sehen, was hier gerade aktuell... Oh, da hat aber jemand wieder nachgefäffert, was? Äh, new is auf alle Fälle. Äh, when Linda gets stuck, you can pull her panties down. Äh, when playing with, äh, an Lina, new camera, äh, new camera, you can take photos, äh, for, of you together, okay? Okay. Unlimited credit at the Linda store. Sehr schön. Äh, you can request something new from Linda as a favor. Hm. A huge new scene you can play after to get breakfast in bed of Carla. Bonus-Content ist mit drin. Äh, Carla Guide updated. Complete Carla Pagramenti Sprites. Stimmt, da ging hier auch das Pagramenti. Hm. Also, stellt euch mal Cabin by the Lake so vor. Ihr spielt ein Tag, eine Wochenende, ähm, wo ihr mit den allen am, am Dingses seid, am Lake seid. Und dann ist das wie so eine Wiederholung. Ihr geht dann wieder in das Wochenende rein, schaltet aber immer weitere neue Contents für die Leute eben halt frei. Also immer wieder so neue Re-Buff, Re-Buff, Re-Day, Re-Day, Re-We, oder... Ne, immer wieder neu, 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 neu. Und ihr schaltet dann immer mehr Möglichkeiten frei mit, äh, den Charaktern, die ihr unbedingt haben wollt, weiterzukommen. So ungefähr spielt das. Deswegen wundert euch nicht, warum das ein bisschen alles komisch ist. On Sunday afternoon, um, Clara is getting a check-up instead of, uh, disgusting her worries with Lina. Okay. On Sunday, on Sunday, Sunday war das bei, das ist night. Okay, um, Clara, Alex, and Hilary have a club meeting, if they're all pogromat. Okay, da gibt's ein club meeting. Das könnte vielleicht böse enden. Um, now you can explore Alex' room and Clara's room. Okay. Now you can talk to Alex about, uh, shaders. Um, okay. You can ask Jenny about urn shaders. Okay. Also da gibt's einiges neu mit dazu. So, was können wir denn noch? Changes, uh, you can choose between who make you up, ah, who wakes you up at Sunday. Okay. New stats scenes. You can now explore rooms anytime, uh, anytime in stand of only when they are empty. Aha, also kannst du jetzt auch in die Räume rein, wenn sie auch leer sind. Also es ist eine ganze Menge neue Sachen mit da reingekommen. Äh, huge update eigentlich meiner Meinung nach. Sehr großes Update. Die 0.37. Definitiv ein cooles Spiel. Also wie gesagt, wäre so ein Game Smuffy Sex Board oder sonst was alles, wo immer so wieder neue, ähm, ja, wo du wieder neu startest und dann wieder der gleichen, nicht den gleichen Ablauf, aber du immer wieder was neu veränderst. Ist bei, ähm, Cabin by the Lake definitiv auch super aufgehoben. Das Einzige, was man sagen muss ist, ähm, die Milchbar ist voluminös. Da hat ja, da hat der Entwickler eigentlich die Schraube ganz nach oben gefeuert. So, nächstes Update und ich dachte es sei durch, aber, ähm, ja. Ah, es ist irgendwie noch lang nicht durch, ähm, und zwar, äh, Sinans Anthology von, äh, Criminal Fire, äh, da ist, da ist, da ist, ist, äh, ich hab gedacht das Spiel wäre durch, das ist aktuell in der 0.3 Version jetzt erschienen, äh, für Windows, Mac, Linux und Android in die Sprache in Englisch. Was ist passiert, frage ich mich gerade. Äh, ich schaue mal nach. Nein, das ist, das ist nicht das Richtige. ChangeLogs? Southern N.A. ist 300, 300 neue, äh, New Render for U2, das ist 6 Full Animations, Gallery Updated, Replay Updated, Bug in Gallery Fixed, and another Mirror Fixed. Ich hatte gedacht, das Spiel sei doch schon durch gewesen. Aber irgendwie ist da immer noch mehr drin, äh. Hm. War ja eine sehr interessante Storyline, die nachher auch so einen Zusammenschluss gegeben hat. Die ersten, die, ja, also man denkt zuerst, man spielt einfach randommäßige, ähm, Scenes. Ähm, den ist aber nicht ganz so. Später im Verlauf der ganzen Scenes, die man da alle gespielt hat, also das erste Scene ist ja hier, habt ihr schon gesehen, im Bathroom, da geht ihr dann eben halt rein und dann trefft ihr die Dame ja aus dem Bathroom. Ähm. Es geht nachher noch alles so, wie die Entscheidungen auch gefallen sind, in, in irgendeine Richtung auch rein. Also es gibt nachher eine komplette Storyline mit da drin, und ich hab gedacht, Criminal Fire wäre damit schon durch, aber ist er noch nicht. Also da kommt da noch ein bisschen mehr. Bin ich mal sehr gespannt von, äh, Scenes, Anthology, Art, äh, Grafikstyle. Fand ich sehr, sehr atemberaubend gut, war echt nicht schlecht. Ähm, für viele wird aber erstmal am Anfang, wie gesagt, lasst euch nicht gleich zurückschrecken, nur weil ihr da verschiedene Scenes sehen werdet. Ähm, das passt nachher alles so ein bisschen auch zusammen. Also ihr, lasst euch nicht davon abschrecken, weil es randommäßig erst so aussieht, als würden das einfach nur randommäßige Age-Scenes eingebaut, oder Dating-Scenes. Ihr müsst auch Entscheidungen treffen, und dann erst zu den und den Phase kommt ihr dann erst zu einer Age-Scenes. Also, ja, ist halt ein Spiel für Liebhaber, sag ich mal so, die so welche Spiele auch mögen. So, Rental Tales von Arrow Sandwich Studios. Ja, die Entwickler haben den Namen gewechselt, wundert euch nicht. Früher waren sie ja Burn, Rin & Burns oder so. Jetzt heißen sie aber Arrow Sandwich Studio. Und, ähm, trotzdem aber allerdings könnt ihr euch das Game immer noch bei H.I.O. oder Patreon holen, in der jetzt aktuellen Version 1.6. Punkt 8, Strich 2 für Windows, Linux, Mac, OS und Android in den Sprachen Englisch. So, ähm, ist ein superschönes RPG-Game, gefällt mir unheimlich gut und, ja, kann ich nur wärmstens den Leuten empfehlen. Ist gerade aktuell, wie gesagt, eine Beta draußen, ich denke mal, die wird nur auf Patreon verfügbar sein. Ähm, added the option, äh, to tell Scarlet the truth about what you need, äh, the invincible spell for. Dollar, dollar, dollar. Ähm, added the button to go back to the menu during, äh, repair, repairable scene. Äh, changed the game front, okay. Changed the name of the, of the was, of the shoe, who, who's in alpha intro. Äh, changed the order of the scene in the scene, äh, scene player, alles klar. Und dann noch eine Menge Fixes, die mit reingemacht worden sind von einigen Szenen, wo einige Texte wieder nicht richtig aufgeploppt sind. Bugfix in the Gallery, äh, Sprite Names und, ja. Er update auf alle Fälle aber auch noch mit UI, äh, update MC Sprites, ähm, updated the main menu layout und updated the quits, äh, quit scenes. Okay, eine ganze Menge dazu gekommen. Wie gesagt, wundert euch nicht, warum, nein, das sind immer noch dieselben Entwickler, sie haben einfach nur den Namen gewechselt. Also, da ist nicht irgendwie ein anderes Studio mit reingerutscht oder sonst was bei Randall Tales. Das sind immer noch dieselben Entwickler, nur der Name ist halt anders geworden. Dann noch, also jetzt, ey, also ich muss mich langsam wirklich wundern, ne, jahrelang hörst du von Deep Vault 69 von Bochum nix. Das Spiel, was ich hier damals aufgenommen habe, ist ungefähr, was war das jetzt, ein Jahr alt? Du hast nix mehr davon gehört von den Gamen. Und dann auf einmal kam er wieder zurück mit Deep Vault 69 und auf einmal kommt Content um Content um Content um Content. Ich muss das Spiel übrigens nochmal spielen, auch nochmal, weil ich da, du, das Ganze sich auch ein bisschen geändert hat, da ist ja komplettes Rework rausgeworden, ähm, von Bohomo. Ähm, holen könnt ihr euch das Game übrigens auf Patreon oder auf itch.io, kostenlos auch in der 0.4.0 Version für Windows, Linux, Mac und Android. In den Sprachen Englisch und Russisch, also wer Fallout liebt, wird dieses Spiel wahrscheinlich auch gerne mal spielen wollen. So, updating the main quest, added a lot of new scenes, uh, for both main characters, added a new quest, Nicky, um, Nicky has been added, done, uh, a new wipe quest has been added, updated the main, uh, screen, updating the world map, um, added a full animation, uh, for the Ronda scenes, okay, added full animation of the bank scene, added a art location, storage, added a art location, overseer room, okay, added a art location, technical room, um, a new character, Wim, Wimoma, Wim, 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 Wim viel optimizations the game now wake of less okay, edit animation shaders test, ja und nur noch ein paar bug fixes interessant, interessant, also neue Charakter ist mit drin, neue Locations sind mit reingekommen und viele, viele Sachen, aber was ich gerade, ich muss das unbedingt glücklicherweise spielen edit a lot of new scenes for both main characters, da muss ich unbedingt mal reinspielen, ich weiß nicht, ja stimmt, man konnte Mann und Frau, glaube ich, spielen, das war das Thema ich muss da nochmal reingucken ich muss sowieso nochmal ein Update nochmal dazu bringen, weil sich doch ein bisschen was geändert hat, aber die Zeit muss erstmal da sein um dieses Spiel spielen zu können dann Lebenszeichen viele haben mich drauf angeschrieben hast du eigentlich schon mal wieder was von damit gehört von dem zweiten Teil von Mankagames ja, aktuell hatte ich auch noch nicht so viel gehört, außer eben halt, dass die Entwicklungen da immer weitergegangen sind im Hintergrund aber alles ein bisschen ruhiger abgegangen ist von Mankagames jetzt allerdings melden sie sich zurück, und zwar Breeding Prototype yo, also ich sag mal so die Inselbevölkerung wird sich durch euch ja, schon vervielfachen würde ich mal sagen, denn aktuell ist die Version jetzt zu haben in der 0.5.0 heißt auch Breeding Prototype für Windows, Mac und Android in die Sprache in Englisch und Russisch ähm bin gespannt, was da aktuell kommen wird wie gesagt ich brauche nicht vorsetzen was die Change Logs sind ne da gibt es auf alle Fälle Edit Lee Jaguar äh Crab Edit äh Multisave System Edit New Atmosphere äh Updating Time Balance äh Edit Location System und äh ja die äh Breeding Prototypes sind äh äh 4 Breeding Post ja na wie gesagt wenn 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 die Bevölkerung stattfindet in den Game dann wird sie bei Temet laufen ähm Temet 2 scheint sowieso mehr ähm freizugänglicher zu sein also mehr es ist ja jetzt auch ein kompletter Change damals vom vom nur Comic Style hin jetzt zu einer 3D Engine eben halt die ihr als äh Third Person Person halt sehen könnt und dann so ein bisschen rumlaufen können also es geht jetzt eher mehr nicht mehr in den ich klicke in den nächsten Bereich weiter sondern man geht halt durch die ganze Insel halt durch und schaut sich da alles in aller Ruhe an äh mit dem wildesten Characters die ihr hier im Leben finden werdet aber ist das ist Temet halt Temet ist äh wild Temet ist bunt Temet ist einfach ähm ja so wie Temet halt ist nächster Charakter auf meiner Liste ist ähm Hell Dictator von Hashima Games den hatte ich erst letztens und der kommt schon wieder mit einem neuen Update um die Ecke geflogen ähm jetzt aktuell die 071.1 könnt ihr euch von Hashima Games auf der Patreon Seite oder auf H.I.O. holen äh Windows Mac Linux und Android ist es unterstützt äh in sämtlichen Sprachen die ihr finden könnt eigentlich müsst ihr auch mit dabei sein aktuell 200 neue Render Scenes äh 4 äh 4 4 New Unquest Animation 13 neue Szenen Main Story Continued also Main Story geht auch wieder weiter er kommt langsam ich habe das Gefühl er hat ja noch die Sims gerade aktuell am Laufen er fokust jetzt aber mal wieder kurz auf H.I.O. Dictator wieder zurück weil er dieses Spiel unbedingt bald fertigstellen will denn ich habe auch das Gefühl dass er schon kurz vorm Ende steht also er hat schon alles so weit im Kopf so fertig das muss er jetzt nur noch denke ich mal alles umsetzen und dann wird er mit H.I.O. Dictator denke ich mal sein Spiel abschließen und dann wahrscheinlich die Sims komplett weitermachen weil auch in die Sims ähm habe ich ja schon gelesen das oder besser gespielt da ist ja auch ein neuer Charakter mit reingekommen und da ist auch ein bisschen was Neues mit dazu gekommen aber da geht es eben halt gerade aktuell nur peu a peu gerade ein bisschen weiter das ist auch völlig in Ordnung weil wenn er will und das finde ich auch ganz gut soll Hashima Games erstmal seinen Fokus erstmal auf H.I.O. Dictator legen bis das durch ist und dann kann er sich voll und ganz auch auf die Sims konzentrieren so gerade frisch gerade aktuell letzte Woche eigentlich erst hochgeladen Sugar Service von Gisiki meiner Meinung nach ein sehr sehr geiles Spiel wurde hochgeladen ist also jetzt da ist ein cooler Mix aus Dating Card Game und es macht echt Spaß Gisiki hat auch selber sogar einen Kommentar darunter geschrieben ja die 100 Winrate die ich da reingehaut habe war einfach nur fucking lucky könnt ihr euch hören auf Patreon oder auf H.I.O. ist jetzt aktuell in der Version 0.10a für Windows, Linux, Mac in den Sprachen Englisch Change Logs was gibt es denn aktuell in der neuen drinnen die Main Story es hat sogar einen Namen The Talent Recruitment Update heißt dieses Update jetzt und zwar Story Change Camellia Change die hat jetzt auf alle Fälle auch etwas Neues dazu Added Story CG Kissing New Outfits sind drei neue Outfits mit da drinnen und Added Rebalance Boss Deck Level oh sehr gut oh sehr gut das Problem oder besser gesagt deswegen habe ich euch gesagt levelt euren eigenen Charakter erstmal gut auf bei Sugar Service denn ich habe ja auch gesagt dass die Characters die ihr da datet und dies und das alles die ihr nachher mit Gifts nach oben bringt wenn ihr drei Sterne habt geht ihr ins nächste werden eure Beziehungen enger mit dem und ihr müsst aber trotzdem jedes Mal auch ein Game gegen die spielen auch ein Card Game gegen die spielen weil dieses Game basiert hat auf diese Carb Game Engine das ist so dieses einerseits könnt ihr damit Geld verdienen und die Dates gut laufen lassen andererseits könnt ihr damit auch die Charakter die ihr im Spiel findet auch ganz gut damit rumkriegen und es gibt immer so ein Boss Deck nachher also wenn ihr da nachher so weit seid und es gibt ihr spielt drei Runden war mir glaube ich so und in der dritten Runde da ist dann so ey das ist manchmal wirklich Overpowered Deck gewesen da konntest du einfach nichts gegen machen und das hat er jetzt ein bisschen balanced für ähm Camelia Hayley äh Julie Juliet Lilith und Leona und Maggie Quinn Willow is all mit gechanged also da sind jetzt die Decks ein bisschen angenehmer geworden ähm Adventure Change auf alle Fälle auch nochmal 20 neue Sachen für den MC mit dazu und 10 neue Gifts mit reingeballert und Edit Beach und Edit Beach as Available Date Location sehr schön ähm Card Game Changes oh ok ok Edit a Card Graphic for Scissors 4 ah ja da waren einige Karten die hatten noch keine ähm Updates oder besser gesagt ähm äh Grafiken drauf gehabt da hat er jetzt Scissor 4 und Scissor 5 sind da zwei neue Dachen mit drauf gekriegt und das äh Instant Maximum Level bei 40 ist jetzt äh bei 4 Maximal Level 39 ist es also mit drin Sounds wurden nochmal mit dazu geballert ja Music sind es nochmal drin Bugfixes wurde nochmal gemacht und boah ja da kam einiges raus guckt euch hier auf alle Fälle mal das Video ein ich hab das Gefühl also ich finde das Spiel wirklich sehr interessant und das könnte wirklich so ein Spiel sein was ich privat wirklich auch mal so zwischendurch gerne mal spielen möchte aber einfach weil dieses Card Game Gefühl sehr sehr geil ist wir hatten da schon mal gehabt so ein Card Game noch mit dazu als Hentai Game kam eigentlich gar nicht mal so schlecht an jetzt bei Sugar Service geht es dann gleich in die nächste Runde rein hm und der Mensch also es ist nicht nur das reine Card Game ihr müsst auch aufpassen auf eure Stats ihr müsst dies machen es gibt eine ganze Menge in den Games zu entdecken plus natürlich auch noch viele Characters noch zu entdecken die dann später im Verlauf des Spiels auch noch mit dazu kommen dafür müsst ihr dann aber erstmal im Level gut angekommen sein und das dann nachher auch freischalten alles gar nicht mal so schlecht ein sehr sehr cooler Mix aus so vielen verschiedenen Dating und dies und das alles sehr cool gemacht also ich mag es auf alle Fälle fand das sehr überraschend gut und mir hat es auch persönlich sehr gut gefallen könnte ich wie gesagt ist vielleicht für mich auch ein Spiel was ich gerne privat auch mal so zwischendurch mal wieder so zocken werde denke ich mir mal ähm School Games äh ja da brauchen wir nicht viel sagen denn nächste das nächste Update von School Games von Slot Commander ist wieder erschienen ähm jetzt aktuell in der 0.956 fix 10 Slot Commander ist mit Vollgas im siebten Gang auf der Endspur unterwegs für Windows, Linux, Mac und Android könnt ihr das Game auf Patreon oder auf itch.io euch holen ähm Englisch ist es ist es auf alle Fälle und Russisch könnt ihr es ausspielen ich glaube es gibt noch mehr sogar da drin und ähm ich schaue mal kurz rein was wir jetzt aktuell da haben ihr könnt die wie gesagt kostenlos euch holen ich lese mir mal ganz kurz durch was hier der Patreon Post sagt ähm okay es ist wieder so viel New Button Labor Exchange äh New Tab with the System Aspen guckt am besten selber mal auf seine Patreon Seite ihr könnt da auf der Patreon Seite euch einfach das ganz bequem angucken da lest ihr schon die Changes und wie gesagt das neue Update könnt ihr euch kosten los dort herunterladen und selber spielen ne ist schon eine ganze Menge was da aktuell mit reingebracht worden ist und äh für alle Leute die mir nicht glauben oder wieder mal sagen nein dazu das stimmt bestimmt nicht da habt ihr es und die Liste ist halt sehr sehr lang ne manchmal wie gesagt lese ich meine Listen aus Patreon vor guckt euch mal dieses Update an ähm ich sag der Junge ist mit Vollgas auf der Überholspur mit Vollgas und das meine ich mit Ansage das Game ist geil kannst du dich nicht beschweren ist sehr umfangreich sehr geil sehr cool kann ich nur wärmstens empfehlen so der nächste der auf den Update basiert ist dann noch ähm den hab ich hier gefunden genau warte mal jetzt muss ich mal selber was mach ich da eigentlich gerade ich hab die falsche Liste aufgeballert bin ich gerade selber durch den Wind ja die Nacht war da letztens lang ich hab äh von äh ILL Games äh das neue Spiel installiert und da ging den ganzen Tag drauf da ist mein Gehirn immer noch voll von Informationen und äh das muss ich immer alles leer pumpen so Attack on Earth Survey Corps ist aktuell in der 0.20.1 von Astronaut erfüllbar für mich meine Meinung auch ein sehr geiles interessantes Spiel mh für mich eigentlich das Spiel rund um die Attack on Titan Serie was aktuell so da ist finde ich das echt nicht schlecht er macht da eine wirklich coole eigene Storyline so ein bisschen draus könnt ihr euch holen auf Patreon oder auf H.I.O in der Version 0.20.1 kostenlos wie immer zu erhalten für Windows, Linux, Mac, Android und iOS in den Sprachen Englisch ähm schau mal rein 0.20 hat er was auf der ähm Patreon Seite da gepostet da muss ich mal eben ganz kurz schauen was er da drin hat ja da gibt es ein paar Bugfixes die auf alle Fälle gemacht worden sind das ist jetzt mehr und ein, zwei neue Scenes mit dazu aber mehr Bugfixing von Astronaut ich werde mir das Spiel auch mal irgendwann mal wieder geben wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe das Spiel zu spielen aber ich bin hier immer noch nicht durch scheiße naja die Updates sind sehr viel geworden ähm auf alle Fälle schaut definitiv mal rein ist ein cooles Game definitiv ich muss jetzt mal ein bisschen zusehen sonst wird das zu lang so ähm dann Something Unlimited von Guns äh Gunsmoke Games auch äh ich will das auch wieder spielen ah ich will so viele Spiele spielen aber ich hab keine Zeit äh ist aktuell in der Version 2.4.7 für Patreon und äh könnt ihr euch hören auf Patreon oder auf itch.io in den Sprachen Englisch äh gibt neue Szenen auf alle Fälle hab ich da schon mal reingeguckt das Gaffem Event ist das mit neuen Backgrounds wieder weiter vollgeballert worden Catgirl Content ähm Blue Dress Custom also bei Catgirl Bad Girl was sag ich Catgirl Bad Girl gibt's einen neuen Content auf alle Fälle mit dazu ähm wer Sandys hat einen neuen Content mit dazu geballert bekommen ähm Janet Van Dorn ist auch mit neuer Content mit da drinne Katie ist mit neuer Content drinne Penguin hat auch Content mit reinbekommen äh Summer Glees ist mit drinne ähm ah Talia hat auch Content mit dazu bekommen Veronica ist auch mit Veronica Verland ist auch mit Content da bei ähm dann nochmal fürs Kopf und dann werden extra nochmal sieben neue Backgrounds ähm ja hier steht ja auch nochmal alles mit drinne Bad Girl Content Catwoman Content Emily Lou Brown Content Two-Face Content und äh äh Tem wie Sim Semil ja Event okay und Backgrounds auch mit dazu Update Fixes sind auch mit dazu boah und das geht noch weiter ey boah mag den Style einfach der erinnert mich einfach so sehr an meine alte Zeit wo ich hier halt Batman Folgen gesehen habe diesen Stil liebe ich diesen Stil mag ich ähm ja ich kann es nur alteingesessenen ähm Leuten empfehlen die damals sich äh die alte Cartoon Saga die die mochten die gefeiert haben die ganzen Cartoon Serien die früher so im Fernsehen so gelaufen sind ähm das Spiel Something Unlimited hält sich voll da dran wir spielen als Lex Luthor und ja haben uns überlegt diesmal vielleicht mal die weiblichen Superhelden uns einfach mal zu schnappen und zu kopieren damit wir dann die Macht in ähm in ist das Gothen City ich glaube das ist alles nicht nur Gothen in der Stadt an uns reißen und die Welt mal so gesehen in unsere Zwänge holen cooles Spiel kann ich definitiv nur empfehlen für alte Leute die für die Leute nicht nur für die Alten auch für die Jungen oder sowas alles aber der Stil richtet sich wirklich an die Leute die dann wirklich schon was damit anfangen können und ich mag diesen Stil einfach ich finde ihn auch gut er passt auch gut rein so und der letzte auf meiner Liste es hat wieder jemand erwischt ECKs Brotel erwischt worden wer hat es denn heute erwischt ich brauche nicht vorlesen wo wir es auch holen können Patreon H.I.O. von den Entwickler von ECK Brodell äh ECK Brodell Windows Linux Mac Android Sprachen Englisch wen hat es erwischt wir wollen einfach mal wissen wer ist jetzt dran äh hatte ich die schon Vivi Nef 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 One Piece die ist jetzt dran die Vivi die hat es jetzt erwischt die ist jetzt voll drinnen in den äh in den Game der Dev haut einfach alles mögliche da rein das wird wahrscheinlich wenn er so weitermacht irgendwann The Hard Way überholen The Hard Way ist immer noch das Spiel wo ich immer noch sage der hat die meisten Charakter Girls mit reingeputscht bis zum Umfallen und ich habe das Gefühl dass irgendwann ECK Brodell den ablösen wird das wird eines Tages irgendwann das Spiel werden mit den meisten Girlies so das war es mit den Updates sorry dass es ein bisschen länger gedauert hat aber es gab viel vorzulesen viel zu zeigen viel zu erklären und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen wünsche euch allen einen schönen Tag schönen Abend schöner Nacht und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Gibt's zum nächsten Mal